Hallo. 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 Was machen wir heute? Nix. Machen wir. Nix. Ich dachte wir snipen. Ich dachte wir snipen und wir äh. Okay wir snipen. Jakob, snipen wir. Nix ist nicht nett zu mir. Boah. Sorry. Jakob, jetzt snipen. Nein. Boah. Tiny, was geht mit dir ab? Ich bin doch voll schlecht. Oh, da ist wieder einer. Bei der Abflugst. Achter. Naak. Ich kasse. Ich zieh die Tower Hawks magisch an. Schon in frei für alle auf Sims Freaks. Alter. Schätzchen, Flary mit. Okay. Achso, äh. Okay. Oh. Alter. Hoppala. Das war ein. Betreib nicht. Betreib. Okay. Verdammt. Oh Tiny, was geht ab? Das ist alles richtig gut. Bei mir kugelt gerade. Bei dir rollt. Ja, stimmt. Molly Molly. Nein. Hinter mir. Was? Bro. Klaus. Läuft bei dir. Ich glaub die ging gleich raus halt alle snipen. Boah. Faultier. Danke. You saved my asshole. Hohl. Oh ja. Er ist Hohl. Ja. Hauptsache Hohl. Jetzt treff ich die einfachsten nicht mehr. Das ist echt zum Kotzen. Das. Egal. Das sieht man in der Aufnahme. Ach. Du lässt es holen. Ohne Erlaubnis. Natürlich werde ich das holen. Das ist zu schlecht für Youtube. Ja. Das wird gefloggt. Das stimmt. Ey. Flogst du kennst. Auch wenn du keine Musik kennst. Ja. Das Gameplay ist zu scheiße. Youtube-Blog. Strike. Das ist der Strike. Hab ich dir echt gestohlen, oder? Oh. Genau. Im absoluten Nahkampf kann ich keine Sniper nehmen. Äh. Ich hab ja auch meine B3 in 3. Äh. B7 3000 R. Kann sein das der Richtige ist. Ich hab Vollball gemacht. Alter. Nein. Scheiße. Ich bin noch gestorben. Der war schön. Der war schön. Ich wollte mal einfach so durchballern. Alter. Das war wirklich grad so auf. Fuck. Heck. Fuck wo ist ein Sniper? Oh Eureka. Ah. Verpiss dich du scheiß Sniper. Wir haben sogar mit Quicks. Das ist ein Luke der snipet. Ich hab fast einen Sniper. Ja. Das zieht eben dauert aber ganz schön lange hier. Alter. Wieso hab ich immer nix wenn ich im Quickscope bin grad. Achtung jetzt kommt der Executioner Pro. Pass auf. Was ist noch nuklear da hast? Nö. 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 jetzt mache ich den Ball beim Rest auf Ansage oh scheiße ja da kommt doch gleich einer LOL da ist keiner doch jetzt ist da einer Joooooo Boah GG ja lol wie geht das denn danach hat noch einer Kill gemacht das war auf jeden Fall cool das Match man ja sehr cool für den Sniper ich bin sogar ein Saker der 360 eindeutig 360 Boah ja geht doch ja was geilenes Pur das ist zwar ein Kackspur aber passt schon kann man so lassen boah ich hab schon sowas an genau mein lustiges Match wer sagt tschüss wer sagt tschüss ich tschüss Servus ach keine Ahnung du bist denn schwul Alter Spass